ja hallo und herzlich willkommen zu weitermachen es geht zwar nicht und der feste und ich werde hier pro wahrscheinlich ich bin auch keine ahnung neuerstag noch mal ich hab's ich konnte nicht mehr an xp ich habe gar nicht mehr aufgenommen doch doch aber aber nicht so wirklich das ist mein full präm doch einmal doch in drei slawisch eigentlich habe ich nicht gelernt noch eine viertelstunde ich weiß vor der luk ja glaube ich nach keine ahnung eigentlich hat sich die vor einfach kann kann ich mache ich habe einfach kanal gemacht hat dann aufgenommen und dann habe ich doch so ein info video auch geladen und dann habe ich dass der gesagt nicht so das ist doch nicht du ja da weiß noch da war meine video qualität so schlecht das weiß ich noch das qualität ich meine stimme ich schütze voll wegen scheiß Hitze draußen jetzt ich habe keinen bock mehr zu zippen ja ok zitte ich halt dein maul und schreib nicht ja ich will nicht dass der einschritte ist ich bin ich habe ich habe nein boden hosen ich hätte kürzeste aufnehmen mein ganzes leben hat mir jetzt keine ist oh mein gott tue es ah ja das reicht mir schon eh nicht ein 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 wieviel prozent noch hallo so gerundet l 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 es ist es der geschnitte auch schön dass der 6-hand dritten h ich l l l l l dann kann ich das wieder auf nein ich kann jetzt nicht mehr rufen aber was come on nein Hä? Moment! Please? Oh, nur eh! Ah, achso, ich war schon... Boah, nur eh, du Lappen. Oh nein, nicht Oku. Nein. Du, das gleich wieder weint. Soll ich... Hallo, ne? Ja, hast du schon aufgenommen? Oder bist du gerade auf alles leer? Ne, ich nehme nur noch auf. Hä? Ich nehme nur noch auf. Ga, mach mal die! Mach 3! Ja, ne, ich mach jetzt überall die Scheiße, dass immer mal... Ich bin doch scheißegal. Let's go. Ja, ich werd pro, Mann! Bist du das blöd geworden, also? Alter. Ne, ich hab grad grad fast keine FPS-Lex. Nice! Ich hab keine FPS-Lex! Viel FPS hab ich! Jo, ich hatte grad 40 FPS, Alter! Oh nein! Schon wieder ist vor! Der verzaut mein Level-Up, Alter! Der verzaut... Der verzaut mein Level-Up, Junge! Der verzaut mein Level-Up! Oder? Warte, ich mach den jetzt... Oh! Oh, oh, oh! Ja, oh, oh! Oh, oh, oh! Yeah! I'm the boss! Not! Ne, komm schon mal rein! Baby! Ja! Ja! Ja, Mama! Guck, vor dem hab ich nämlich Angst. Nach 10 Minuten... Ich muss jetzt echt schnell auf... Wenn die zu einem Schritt nur ein Level-Up... Ich bin nämlich 6... Ach, 36 Punkte. Ey, jetzt statt... Ey, lasst mich doch! Jetzt hab ich festlext! Ich hab' der Versorgung in der Lapp. Ich hab' gerade, ich brauch' zu uns gutten... Nein, Spaß! Wenn ich, wenn ich hier zu guck, hab' ich 50 FPS... Okay, jetzt hab' ich grad... 46... Wicht nice! Ich geh' zu... Ich geh' zu... Ich hab' immer so ein Mini-Standbild, das... Fakt einab! Nein! Happy! Mich fast gepusht, aber nein, dieser SV-Moschee mich wieder zurück! Nein! Doch, danke nur! Yeah! Ein HP. Ja, aber nicht, dass ich das... ... das YouTube-Betner bitte! Über YouTube! Du guckst, guck! Du wirst, du wirst wie YouTube! Das ist gleich der Polizei-Meld! Naja, ich kann keine Musiker machen, das ist zum YouTube! Ich hab' schon mal gut! Also, ich hab' mich leider! Ich hab' nicht... ... ich brauch' keine 90... ... doch ich glaube ich... ... nein, ich brauch' keine 90 Prozent... ... der bin ich leider... ... äh, EXP mal nicht! ich war es nicht geplant Prozent gut ich will die Scheiße ist hier noch vier Minuten Nee, sechs Minuten. Ich hab' ich grad richtig geguckt. Oh, neul! Hör auf! Neul! Du nervst, ne? Danke. Bitte. Oh man, ich hab' gedacht, der Sv... also ich verwechsel Sv und Pro immer. Oh, ob ich den grad getrollt hab, hast du es gehen? Ha! Whitewood! Ich hab' mein Level unverdient, natürlich, wie immer. Ich spam... oh man, wie so erwisch ich immer Prost! Sieh das, ich... Aaaaaah! Fail. Manchmal wiff ich einfach zu früh ab, dann wiff ich irgendwie runter. Achtung! Was? Das hat sich kein Licht erinnert. Na, der Nudel, komm her! Oh, lol! Vielleicht nur die Britsch kaputt machen, Milo! Tief! 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 Ich doch keinehle! Tief! Ich hab's 10 verdernt! Oh mein Gott! Ich bin dabei am Mopping gewonnen aufm Land und Mercibke- Ich kann nur am Waschen bin, Alter! charms Rede! Ich krieg auch voll schnell den Alter! Kann es sein? Loll! Niest los! das geht auf einen Schlag kaputt nein ich bin kein Oni CSUser weil ich so ein Deal hab not wenn ich jetzt keine Wille mehr dann muss ich heulen alter dann höre ich erst vor auf alter jetzt aber die Geschichte ich habe einen der Wert verdient wie einer sagt zu mir ich wollte achten schwarz gemacht mann ich wollte bei Clown mein Spaß es hängt es hängt es hängt es hängt es läuft schade was gerade in doppeldeutsch das wird Laser gemacht also wenn wir voll easy jetzt muss ich aber zesen scheiß fp-slex ja und vor allem muss nicht er macht er easy-wall-chump dann wie so viele zettel auf menschen tisch ja da ist sie wird feld die von mir gewohnt das feld liegt in mein blut naja juli das buchstregelte anbunden zehn punkte buchschiedern zehn jahre durch die sie niemand ist so gut wie es gibt kein guter spiel jemand als vor perfekt aus sich nach spaß wer kann es war perfekt alter wer kann alles es gibt es gibt es gibt es gibt es gerade so ha K k k wieder um keinem ist wir denken da kommt durch Hüster Hör auf du daschen du Kind Alter das ist schnubig zu viel Läder der ZNP ist aber schon oft entschattet das System ist von den PS ist richtig die Lass er muss ja richtig viel aushalten können hatte ich habe gesagt dass immer noch zehn punkte hätte ich 100 punkte mehr das wenn er mal richtig scheiße aussehen das ausmachen die SP Hacker der Schausdruck so ohne Spaß zum Glück wenn ich mit Ruhm-Master das Schwerder ein Wettbewerb wahrscheinlich schneller an weil ich werde wahrscheinlich die Bewegungsgeschwindigkeit auf seine Scheiß Schuhe hat nach wenigen Freilich mit dem Wettbewerb der Komitektur der FDFK oder Schleswig-Holstein mit Blüten und Blüten dazu die sie die Laufschie einfach so stelle Kraschow die sie doch erst die sie und du leckst einfach nur er hat was richtig fettgelegt alter ich habe Ruckheim ein Team ich bin es vor nein Y Y Y Y Y Räumann auf 4 1 61 wenn ich drängend gekickt wird ja da gut 1 60 ganz schnell oh mein Gott komm rein schon abwarten jetzt und die wird jetzt ist einer drinnen tut mir leid ich bin jetzt pro wenn ich dann mache ich proben endlich endlich ich glaube ja es ist wieder gefeiert dass wir jetzt in der tschau Wenn ihr euch sagt Tschüss.